Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Stream HKBB on Tour. Eine weitere Runde von unserem Online-Format, in der wir einerseits unsere Mitgliedsfirmen kennenlernen und andererseits erfahren, was in der Handelskammer sonst noch für aktuelle Themen in Bearbeitung sind. Jeder von uns ist am Areal der Cordon Pharma schon mal vorbeigefahren. Sei es rechts, sei es links, sei es oben oder unten. Wir kennen das Areal alle. Es ist das Schildareal vor den Toren von Liestl, in dem Cordon Pharma dominiziert ist. Doch was steht hinter diesem Namen Cordon Pharma? Wir haben heute das grosse Vergnügen, Dr. Jürg Burger, Geschäftsführer der Cordon Pharma Schweiz, bei uns zu begrüssen. Er wird uns anschliessen, das Unternehmen dann auch vorstellen. Der Dr. Jürg Burger ist 2013 zu Cordon Pharma gekommen. Vorher ist er viele Jahre in verschiedensten Funktionen für die Lonza tätig gewesen. Einerseits hier in der Schweiz, aber auch in den USA. Er hat an der ETH studiert und doktoriert und abgeschlossen auch mit einem Master in Chemieingenieurwissenschaften. Herzlich willkommen, Herr Burger. Guten Morgen, Herr Dettwiller. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne nach Basel gekommen, vom Basel-Land. Super, das freut uns sehr. Ich begrüsse auch Deborah Strub. Sie ist Abteilungsleiterin Cluster und Initiativen, Mitglied der Geschäftsleitung und wird uns heute das Dossier Datenbasierte Gesundheitswirtschaft ein wenig näher bringen. Bevor wir aber loslegen, meine Damen und Herren, schauen wir wie gewohnt einen kurzen Trailer. Wir machen nachher das Interview mit Herrn Burger. Wir machen den Abstecher zur Präsentation von Frau Strub. Und am Schluss, meine Damen und Herren, bitte stellen Sie Fragen. Der Herr Burger steht gerne zur Verfügung, aber auch Frau Strub. Das Ganze, dreiviertel Stunde, so dass wir pünktlich dann das Mittagessen gehen können. Schön sind Sie da. Film ab! 2021 marks the 15-year anniversary of Corden Pharma. Wir sehen uns zurück, als Ihr One Partner, CDMO, mit einem Integrated Facility Network in Europa und den USA. Following die Fondation von Corden Pharma in 2006 und die erste Acquisition in 2007, unsere Strategie hat sich zu adden und transformen verschiedene Ex-Pharma Facilitäten in ein globales CDMO. In 2011, we acquired the API Facility Corden Pharma Switzerland, which helped to expand our API manufacturing capabilities and services within Europe. Located in the Basel area Switzerland, famous for its life science industry, Corden Pharma Switzerland is a CGMP manufacturer of advanced pharmaceutical intermediates and APIs, with a particular focus on the production of small molecules, standard and custom lipids, GALNAC and carbohydrates. In 2011, Corden Pharma Switzerland was a small, unknown facility in the industry, focused mainly on serving its legacy biotech business. But then, we expanded our site capacities in process R&D with state-of-the-art technologies, lab equipment and automation. In the GMP commercial manufacturing, we significantly increased our purification capabilities, small-scale reactors and extended our technical offerings in QC to include competent regulatory and QA services, all with the aim to run more projects in parallel. Since joining Corden Pharma, we have become a recognized and trusted supplier with specialized technologies for both multi-customer phospholipids and customized lipids. I am particularly proud of the long-term partnership we have established with Moderna Therapeutics. After starting in 2016 as a development partner, we have transitioned as one of four Corden Pharma facilities into a global, reliable commercial suppliers of lipid excipients for their mRNA vaccine against COVID-19. By applying a culture of operational excellence and proven methodology, our CDMO journey with Corden Pharma has contributed increasing sales growth year after year. We stand behind our new title, the Corden Pharma Center of Excellence for Small Molecule and Custom Lipids Chemical Development. Our team has a profound understanding of the CDMO industry and as such has helped to create a reputation that attracts top talents in the competitive area of Basel. We look forward to continuing our collaboration with you, our customer. Corden Pharma, your one-partner CDMO. We look forward to the End of the Ch sense that we were having a master and die company, which we may have seen as a化quels 싶은 artist before the job. Voilà, Herr Bürger, es ist doch immer ein gutes Gefühl, wenn man so ein tolles Video sieht und man darf der Geschäftsführer, der «Managing Director» sein von so einem erfolgreichen Unternehmen. Wir haben es gerade im Video gesehen, 15 Jahre, Cordon Pharma. Was gibt es bei uns zu feiern in der Region und auf was sind Sie besonders stolz mit diesem Jubiläum? Jawohl, das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt acht Jahre bei dieser Firma und vor zehn Jahren wurde der Standort von Genzyme übernommen. Dazumal im Rahmen einer Devastation, die Genzyme zusammen mit Sanofi fusioniert hat. Am Anfang war das vor meiner Zeit sicher eine schwierige Zeit, denn die erste Phase ist immer Restrukturierung. Das ging auch eins in eins mit dem Personalabbau. Ich kann mich erinnern, als ich gestartet war, das war im September 2013, da waren wir 95 Mitarbeiter. Es gab dazumal auch noch bei Cordon Pharma keine globale Sales und Marketing Truppe, die Projekte akquiriert haben, weil das eben State of the Art ist, sondern jeder Standort hat selber geschaut. Dann hat man angefangen als Netzwerk, wir sind neun Standorte weltweit, mittlerweile, vor allem in Europa und USA, alles Standorte von grossen Pharmafirmen, gemeinsam mit Sales und Marketing Truppen. Damit ist es uns gelungen, Projekte zu akquirieren. Die Projekte sind so gewachsen, dass wir auch personalmässig wachsen konnten. Heute sind wir 160 Mitarbeiter, also von ungefähr 95. Wir haben eine schöne Historie gemacht. Die Kunden, und das ist das Schöne, kommen auch immer wieder zu uns, also es sind nicht erste Kunden, wir haben einen sehr breiten Kundenstamm von Start-ups mit sehr wenigen, also die Firma besteht aus manchmal nur 7 bis 8 Mitarbeitern, bis zu Big Pharma und zwischen die Mid-Size Pharma-Firmen, die eben ganz unterschiedliche Services auch von uns verlangen. Und das ist wahnsinnig spannend, finde ich, aber auch herausfordernd natürlich. Und ja, wie ich es im Film auch erklärt habe, ganz extrem stolz sind wir eigentlich darauf, weil wir mit Moderna 2016 dazumal ein erst kleines Projekt hatten, dazumal noch mit unserem Standort in Boston, wir hatten dort ein Labor, das noch GMP gemacht hat, da sind wir als Liestal auch verantwortlich dafür. Wir haben ein erstes Projekt gefahren und für die GMP, für die ersten klinischen Versuchsmengen herzustellen, hat man das transferiert nach Liestal, das war im 17. Und wo vor zwei Jahren Moderna zu uns gekommen ist und gesagt hat, sie hätten uns gerne für eine weitere Substanz, ein weiteres Lipid herzustellen, nebst dem, was wir schon gemacht haben, aber für eine andere Anwendung, haben wir eigentlich realisiert, dass wir offenbar einen guten Job gemacht haben und die zu uns gekommen sind. Und ich glaube, da ist der ganze Standort wahnsinnig stolz darauf. Die haben uns zwar eine Aufgabe gestellt, die sehr, sehr herausfordernd war, nämlich das zweite Lipid, noch eine gängbare, industrialisierbare Route zu entwickeln und zu produzieren. Und die Mengen sind dort fast ab Februar 2020, fast monatlich, gestiegen. Wir haben einen wahnsinnigen Effort gemacht an unserem Standort. Und die Mitarbeiter haben gespürt, wie motiviert sie waren. Und das habe ich noch nie erlebt, eigentlich. Mittlerweile bin ich 35 Jahre im Geschäft. Ich finde das unglaublich faszinierend, dass wir hier am Standort rund um die ganze Moderna und Impfstoffproduktion erfahren, dass immer mehr Firmen einen wichtigen Beitrag zu diesen Impfstoffen leisten. Jetzt eben auch Cordon Pharma. Das war für mich eine neue Erkenntnis. Das finde ich super spannend, dass die Region Basel mit einem Unternehmen ganz vorne an der Spitze dieser Impfstoffproduktion einen Beitrag leisten kann. Aber jetzt nochmal schnell. Irgendwie unterscheiden sie sich ja offenbar von anderen, damit sie eben in solche tolle Aufträge bekommen im Zusammenhang mit Moderna. Was ist denn noch das Geheimnis von Cordon Pharma für den erfolgreichen Weg in einer relativ kurzen Zeit? Also das sind sicher zwei Aspekte, die man hier anschauen muss. Cordon Pharma als Standort Liestal. Das ist ja eigentlich ein Entwicklungsstandort, primär. und ein Produktionsstandort nur für kleine Mengen, also wo wir sagen, wo der Wirkstoff in sogenannte seltene Krankheiten geht. Und das ist ja immer eine limitierte Patientengrösse global. Auf der anderen Seite heisst das auch eine limitierte Grösse von Produkten, die ein Kunde für eine solche Anwendung will. Und für das sind wir eigentlich gut ausgerüstet von der Grösse her. Das heisst, wir haben hier eine Nische von der Grösse her. Also wir haben Entwicklung und wir haben als Standort Liestal einfach die Kapazitäten, die typisch für die Anwendungen eben geeignet sind. Und das ist vielleicht für grössere Konkurrenten, die wir auch haben natürlich auf dem Markt, ist das vielleicht eine Nische gewesen, wo andere weniger interessiert gewesen sind, weil sie einfach grössere Bedürfnisse hatten. Jetzt aber im Rahmen von Moderna ist es natürlich dann so gewesen, dass die Kapazität bei uns an Produktion überschritten hat. Und man ist dann innerhalb von Cordon Pharma eben als Netzwerk. Wir sind ja die nühen Standorte und da haben wir sehr grosse Produktionskapazitäten in Colorado zum Beispiel, oder in Bergamo, oder in Genove, ganz in der Nähe ausgewichen. Und die haben uns dann eben die Zwischenstufe hergestellt. Und so produzieren wir heute zum Beispiel für Moderna einen Grossteil von den kommerziellen Mengen ab anderen Standorten. Für ein Lipid machen wir es nach wie vor aus Lienstahl heraus. Weil das von den Mengen her einfach gut ist. Das ist der Scale, also die grössere Ordnung. Das zweite ist, ja die Lipide haben sehr lange eigentlich, ja ein bisschen eine Nische da sein, einfach gefristet. Man hat sie weniger eingesetzt, man hat auch die, man arbeitet ja mit der ganzen RNA-Technologie, ob es jetzt Silencing-RNA oder Messenger-RNA ist, da hat sehr viele Firmen im Raum Boston vor allem, die auf dieser Technologie seit ungefähr 10-15 Jahren arbeiten. Und der Durchbruch, der ist, vielleicht vor 2-3 Jahren gekommen, bei einem anderen Konkurrent von Moderna, der auch in der gleichen Gegend ist übrigens, mit einem ersten Produkt auf dem Markt. Also diese Technologie scheint doch erfolgreich, Erfolg zu haben, sodass sie in Zukunft über vermehrt kommt. Und ja, die Nische ist für uns eine Gelegenheit gewesen, vielleicht aus dem Schatten da sie rauszukommen und da einen Schritt vorwärts zu machen. Also wir haben in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Anfragen von sehr verschiedenen Firmen. Und es ist klar, es ist wie jedes Geschäft, wo dann plötzlich erfolgreicher wird, das zieht natürlich Konkurrenz auch an. Konkurrenz steigt ein. Das ist ja so. Das war aber schon immer so, das habe ich schon vor 20-25 Jahren gelesen. Also würden Sie eigentlich auch ein bisschen sagen, dass jetzt die Gesundheitskrise, die wir haben, für Cordon Pharma auch ein bisschen Chancen war jetzt, oder? Ja, das ist ganz bestimmt. Definitiv so. Nicht nur für uns, sondern für andere. Wir sind ja Zulieferer mit diesen Leuten bei zu Lonza, die den mRNA herstellt, die dann weiter nach Spanien in die Formulierung geht und dann nach Belgien geshippt wird und dann verteilt wird. Also es ist natürlich eine globale Vernetzung da. Ja. Ja, das ist spannend, finde ich. Absolut. Und die wirkt mich jeden Tag zur Arbeit kommen. Und übrigens sehr viele von unseren Mitarbeiter auch. Wir haben, wenn ich das darf sagen, in den letzten zwei Jahren noch nie so eine tiefe Absenzenrate von den Mitarbeiter. hochmotiviert, eben zu kommen und da ihre Aufgabe auch, nicht nur in dem Projekt, aber selbstverständlich auch in dem Projekt, zu leisten. Und das ist ja eigentlich das erste Mal, dass wir ja eigentlich erleben, weil wir sonst nur so Nischen herstellen, wo wir potentiell selber die Nutzniesser waren. Das ist, glaube ich, auch noch spezielle Motivation. Sinnstiftend. Eins zu eins, oder? Da erlebt man es wirklich. Und das gibt Energie und Power. Eine Frage hätte ich noch, wenn ich den Film angeschaut habe, die Landkarte kam, wo dann die verschiedenen Standorte fast über den ganzen Globus aufgepoppt sind in den letzten Jahren. Aber Asien ist nichts aufgepoppt. Das sind historisch natürlich Standorte, die in Europa und den USA von den grossen Pharmafirmen devestiert worden sind. Wir wollen aber das sicher nicht ausschliessen für die Zukunft, ob das nicht auch eine Option ist. Aber mindestens in den letzten Jahren ist das Bekenntnis eigentlich von diesen Investorengesellschaften fokussierend auf westliche Länder. Aber wir arbeiten selbstverständlich mit Lieferanten zusammen, die unsere Vorstufen aus Asien auch liefern mit Schwierigkeiten, die man jetzt wie jeder auch erlebt im täglichen Leben. Also die Lieferzeiten sind länger. Das ist etwas, was im Moment fast bei jedem Gespräch mit Unternehmungen stark kommt. Und diese Engpässe, diese Lieferengpässe, also die kämpfen im Moment auch mit diesen Problemen. Ja, das ist ja nicht nur Rohstoff. Es sind ja auch Verpackungsmaterial Rundum. Panalitäten wie Gläser für Spritzen, also Wials. Und das ist eigentlich wahnsinnig, was man jetzt plötzlich feststellt, was, von was was wir abhangen im Detail. Also man hat gerade vorgestern einer gesagt, wo etwas ganz Banales herstellt, nämlich Storen für Gebäude. Und dass sie zwar die Storen montieren können, aber die Drücker nicht haben, um es automatisch auf und runter zu bewegen. Also auch da sieht man, wie wir eigentlich vernetzt sind und dadurch sicher auch verletzlicher sind oder anfälliger sind für die Storen. Das kann ich bestätigen, das mit der Storen. Ich baue gerade eine Pergola und da fehlt der Stoff. Alles ist hier, aber der Stoff nicht. Okay. Ganz kurlige Sachen, die hier in der Supply Chain grosse Herausforderungen im Moment für unsere Unternehmungen darstellen. Aber es hat mich natürlich vorher schon auch gefreut, Herr Burger, als Sie sagen, Cordon Pharma, auch ein Konzern, setzt auf einen Standort Europa und setzt auch auf einen Standort Basel. Und wir sind ja da mit dem Life Science Cluster Region Basel sehr engagiert. Die Handelskammer hat auch eine Cluster-Initiative am laufen, die Frau Straub im Übrigen auch leitet. Wo sehen Sie jetzt für unseren Standort die grossen Herausforderungen, aber auch Chancen und Risiken? Und wie bewegen Sie sich da innen? Sind Sie da happy? Oder drückt da irgendwo den Schuh? Also es sind, glaube ich, vielfacher. Also, wo ich eine grosse Chance sehe, ist am Standort der Schweiz. Ich glaube aber, wir müssen Sorge tragen zu unseren Rahmenbedingungen. Ich sage Arbeitsbedingungen. Wir haben eine hohe Flexibilität. Das ist toll. Unsere Nähe zum Basler Cluster hat natürlich Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite die Vorteile sind der potenzielle Zugang zu sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Konkurrenzsituation und das ist für uns immer ein Handicap. als CDMO, also als Zulieferer, sind wir natürlich, was salärmässig die Bedingungen betrifft, mit Pharma-Firmen wie Novartis und Roche, wahrscheinlich weniger Wettbewerbsfähig. Aber mit unseren Mitwettbewerbern aus dem gleichen, aus dem vergleichen Markt sind wir sehr wohl. Eigentlich können wir da mit sein und das spüren wir eigentlich auch. Uns ist es doch gelungen, sehr gute und junge Mitarbeiter zu rekrutieren. Das Thema ist einfach, dass wir sie behalten können, dann über längere Zeit. Und das ist eine Herausforderung, die wir haben. Natürlich der Standort der Schweiz ist teurer. Also wenn wir offerieren ins EU-Raum, dann sind wir in der Regel immer ungefähr 20-25% teurer als aus unserem Standort eben in Genove, in Frankreich oder in Bergamo. Und das macht es nicht einfach. Das ist ja so. Aber ich glaube, durch Kompetenz, durch Leistung, letztlich können wir das kompensieren. Also wenn Sie vorher fragen, wo können wir uns unterscheiden von der Konkurrenz? Ich sage immer, eigentlich durch effizientes Projektmanagement und intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden. Durch Technologien sicher nicht. Das können viele im Raum Basel auch. Das ist ja so. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf einen Standort, ich meine, wo kann jetzt, Sie haben gesagt Rahmenbedingungen, oder? Wo kann jetzt auch eine Handelskammer aus Ihrer Sicht ansetzen, um den Standort weiterzuentwickeln, um den Unternehmungen auch eine Hand zu bieten, dass sie sich da gut in diesem Cluster weiterentwickeln können. Ich glaube wichtig ist auch, dass Sie uns bekannt machen können. Wir sind ja sehr stark natürlich auf internationale Kunden fokussiert. Wir haben Kunden im Raum Basel, übrigens auch Start-ups, also kleinere Firmen. Spannend, ja. Und da in den letzten zwei, drei Jahren ist das eigentlich sogar eher breiter geworden. Und also sind nicht mehr. Global haben wir natürlich die klassischen Pharmafirmen als Kunden, aber in den letzten Jahren haben wir auch zusammengeschafft mit verschiedenen Firmen in Basel Stadt und Basel Land, wo sie da können natürlich gewisse Enabler Funktion mithelfen und leisten. Am Standort Lierstahl sind wir, und das ist auch unsere Challenge spezifisch, wir sind ja da eingemietet. Und da ist natürlich von der Grundfläche her sind wir limitiert. Also wir haben dort heute rund zwei Drittel vom Grundareal von Schild. Und Flexibilität haben wir zwar immer, wenn wir Bedürfnisse haben an Raum und Fläche, dass wir etwas zumieten können. Also Schild kommt uns da immer sehr entgegen. Wir haben übrigens auch einen Vertrag, der jetzt zehn Jahre länger geht. Also noch verlängert bis 2031. Das ist schon mal gut. Also die Bedingungen haben wir an und für sich da. Wir versuchen natürlich auch, aber trotzdem, wir sind ja da in einer Wohngegend. Und das limitiert natürlich. Das ist ja so. Und wir haben uns auch schon überlegt, eben umzuziehen. Aber der Aufwand ist natürlich sehr hoch. Also glaubt ihr noch an ein Werkplatz Basel. Dass da auch noch produziert wird und nicht nur geforscht. Wir glauben sehr stark. Und vor allem, wenn man sieht, wie die Tendenz ist. Das geht ja weg von der grossen Tonnage. Die grossen Mengen. Eben. Das ist ja personalisierte Medizin. Klein, kleinere. Das heißt kleinere Mengen. Und wir haben auch gesehen, die neue, also wir haben kommerzielle, das kleinste kommerzielle Produkte. Da machen wir, ich sage jetzt einfach eine Grössenordnung. Das sind drei, drei Ansätze an 80 Gramm. Ja. Oder? Das sind kleine Mengen. Da braucht man nicht mehr die Tonnage, sondern das ist sehr, sehr kleinmengenorientiert. Und wenn das in diese Richtung geht, ist das absolut perfekt als Standort. Also da darf man. Das sind auch wenige Ansätze. Das ist nicht eine automatisierte Produktion, sondern da zählen wir auch Fertigkeiten von unseren Mitarbeitern. Das heisst, da hat ein Mitarbeiter eine zentrale Funktion. Weil es eben nicht automatisiert ist. Und da sehen wir zum Beispiel, und ich habe ja das erlebt in den USA, einen grossen Unterschied und eine Stärke von unserem dualen Bildungssystem. Ja. Das ist immer eindrücklich, wenn wir die Diskussion mit unseren Kunden haben, die halt sehr oft aus den USA kommen. Und denen muss man dann erklären, dass uns die eben die Lehren, die Technik, also die Laboranten, die ausgebildeten Laboranten oder auch Operators in der Produktion, dass das eben wahnsinnig wertvoll ist aufgrund von der Fähigkeit. die sind sehr breit ausgebildet und dass die Ausbildung ist eigentlich sehr komplementär zur Hochschule und dass es eben nicht das eine oder das andere ist. Ja. Und ich habe ja das erlebt und ich habe auch in den USA Leute rekrutiert, die ich mir vorgestellt habe. Die sind jetzt zehn Jahre in einer Grossfirma gewesen und breit ausgebildet und habe nachher lernen müssen, dass die sehr eng eigentlich ausgebildet sind und absolut nicht flexibel einsetzbar war. Also ich sehe die Stärken vom Standort der Schweiz so, obwohl er teurer ist, aber als Gesamtpaket, glaube ich, sind wir sehr kompetitiv auch in Zukunft. Das freut uns natürlich zu hören, wenn wir da eine Firma haben, die sich an diesem Standort kann und auch will weiterentwickeln. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir unser Life Science Cluster weiterhin entlang der ganzen Wertschöpfungskette versuchen, voran zu bringen und Rahmenbedingungen so positiv zu beeinflussen. Ich möchte noch ganz schnell eine ganz andere Ebene ansprechen und zwar ein bisschen Wirtschaft und Gesellschaft. Vielleicht haben Sie es gesehen, Herr Burger, wir haben ja 2021 das Thema Wirtschaft in bester Gesellschaft als ein Jahresthema gewählt, weil wir eben auch spüren, dass es eine Herausforderung ist, dass Wirtschaft und Gesellschaft quasi als Symbiose gut miteinander zusammenleben. Wir spüren immer wieder Skepsis. Sie sind jetzt privilegiert im Schildareal, finden Sie da gute Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln an anderen Standorten. Da kommt dann eher mal wieder Opposition oder wir haben auch viele Initiativen, die eigentlich wirtschaftsfeindlich sind. Wie leben Sie das Thema Vertrauen als Cordon Farmer und wie setzen Sie das um bei Ihnen im Unternehmen? Wie kann man da den Schulterschluss machen? Also grundsätzlich glaube ich, dass in den letzten Jahren eigentlich die Tendenz der sogenannten Wirtschaftsfeindlichkeit, wie sie das genannt hat, eigentlich gekehrt hat. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit erleben wir Menschen eine sehr positive Einstellung auf dem Umfeld, weil Vertrauen sagen sie, es sind ja eigentlich immer Mitarbeiter, es sind Kunden logischerweise, aber dann vor allem auch Gemeinden rundherum und die Behörden. Und wir versuchen natürlich schon da durch Transparenz zu schaffen, indem wir proaktiv, wenn wir ausbauen wollen, auf die Behörden zugehen und die Projekte vorgängig besprechen. Indem wir im Bereich Abgassanierung zum Beispiel vorbildlich zusammenarbeiten, proaktiv auch Massnahmen treffen. Wir haben jetzt gerade im Bereich Fernwärme ein neues Projekt mit EBL und Schild, also wo man ja versucht umzusteigen auf einen erneuerbaren Weg. Das kostet, das darf man nicht vergessen. Aber ich denke, so Massnahmen helfen da gut will zu schaffen, auch in der Bevölkerung. Zudem haben wir eigentlich Miliestahl, mindestens habe ich das erlebt mit dem Gemeindepräsidenten, der jetzt in Masel ist, also mit dem früheren Gemeindepräsidenten. Einen, der sehr aktiv auch den Kontakt zu uns gesucht hat, also nicht auf uns gewartet hat, sondern hat sich da innerhalb aller pharmazeutischen Unternehmen eigentlich einmal im Jahr getroffen und gewisse Themen da diskutiert. Und ich denke, das war auch ganz, ganz wichtig. Der Dialog, glaube ich, ist enorm wichtig. Auch, dass ein Geschäftsführer einmal in eine Talk kommt zu einer Handelskamera. und seine Botschaften kommt. Ein Thema, das wir immer wieder in der Gesellschaft spüren, dass noch zurückhaltig da ist, ist das Thema der Gesundheitsdaten. Da ist jetzt Cordon Pharma nicht direkt damit konfrontiert, sondern es sind eher die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der pharmazeutischen Industrie. Aber haben Sie da ein Patentrezept, wie man die Angst in der Gesellschaft, dass mit den Gesundheitsdaten etwas Schlimmes passieren könnte, wie man das abbauen könnte? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Genau. Weil persönlich kann ich das nicht unbedingt nachvollziehen. Dass man nicht wesentlich mehr Daten, auch von Krankheitsverläufen, anonymisiert auswertet. weil ich bin absolut überzogen, dass man dadurch Nutzen schaffen könnte, indem man vielleicht proaktiv Erkenntnisse gewinnen könnte, die vielleicht nicht einmal schon im Vorfeld von Krankheiten erkannt werden. Bereitschaft ist offenbar nicht da. Finde ich persönlich schade. Ich meine, ich erlebe das auch, wenn ich zu einem Spezialarzt gehe und den Hausarzt, wenn ich dann herausfinde, wie da eigentlich der Datentransfer stattfindet oder eben nicht stattfindet, bin ich immer wieder erstaunt. Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich anfangen. Und das Ganze tut man dann mit dem Personendatenschutz gerade ersticken. und persönlich finde ich das sehr, sehr schade. Weil ich könnte mir eben auch vorstellen, dass andere Krankheiten, dadurch, dass man diese dann eben computerisiert, anonymisiert auswerten könnte, eben da könnte Daten gewinnen, die präventiv an anderen Orten eben könnten wirken. Was unter dem Strich vielleicht sogar unsere Gesundheitskosten reduzieren könnte. Weil wir heute erfinden wir das Rad einfach sehr, sehr viel. neu. Das ist eine wunderbare Brücke, Herr Burger, für einen kurzen Abstecher. Nämlich zu dem Projekt der datenbasierten Gesundheitswirtschaft, wo ich jetzt gerne schnell das Wort der Deborah Strub übergeben möchte. Und sie uns in ein paar Slides zeigt, was die Handelskammer aus der Life Science Cluster Region Basel zum Thema datenbasierte Gesundheitswirtschaft alles unternimmt. Bitte, Debbie. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie haben es vorhin gehört, im Film von der Burken, Pharma, Basel Area, a famous place for life sciences. Sie haben es auch gehört, wir haben den Life Science Cluster Basel in diesem Jahr lanciert das das Handelskammer bei der Basel und verstärken damit eigentlich auch das Engagement für die Leitbranche in unserer Region. Mit dem Life Science Cluster Basel wollen wir die wirtschaftliche Relevanz von der Life Science Industrie, die sie für die ganze Schweiz hat, aufzeigen und die Industrie auch national nachher besser, vor allem gegenüber Bundeswehr nachher besser positionieren können. Wir wollen Impulse setzen und Rahmenbedingungen verbessern und Herausforderungen und Chancen, wie wir vorhin gehört haben, angehen und so aber auch eine Plattform zu schaffen für einen Austausch und Vernetzung innerhalb des Clusters selber. Wir machen das nicht allein, sondern wir haben hier eine Trägerschaft im Rücken mit namhaften Unternehmen, Pharmaunternehmen, Zuläuferunternehmen, aber auch Hochschulen und Forschungsinstituten, die uns tatkräftig unterstützen, sie leiten, mitentscheiden über die strategische Ausrichtung von Life Science Cluster Basel und uns auch mitfinanzieren. Zusammen gehen wir fünf Handlungsfelder an in den kommenden drei, vier Jahren. Das ist zum einen viele Fachkräfte und Talente, die wir vorhin von den Burgen auch wieder gehört haben, wie wichtig das ist. Wir möchten durchsorgen, dass die Stärke von dem Life Science Standort Basel möglichst bestehen bleibt und das Life Science Unternehmen auch zukünftig langfristig auf den guten Talentpool zurückgreifen können. Wir wollen aber auch unter dem Open Image und der Reputation den Bevölkerung einen Blick behind the scene ermöglichen. Wir möchten zeigen, was in der Life Science Industrie am Platz Basel passiert. Wir möchten die Volksstorys, wie heute eine gehört, erzählen können und so auch ein bisschen treiblich gehen in verschiedenen Technologien und vielleicht gewisse Ängste anbauen können, von sehr wichtigen Technologien, die in der Life Science eingesetzt werden. Und wir möchten, ich habe es vorhin gesagt, Rahmenbedingungen einen Beinfluss und einen Impuls setzen können. Und ein gutes Beispiel ist, dass wir uns im Life Science Cluster Basel eben für eine datenbasierte Gesundheitswirtschaft aktiv einsetzen. Sie wissen, dass das Life Science Standort und das Life Science Industrie am Platz Basel schon mehr wie Strukturwandel hinter sich hat oder Chemie, jetzt eben Pharma und Life Science Industrie und sie steckt im Moment weltweit, aber natürlich eben auch am Platz Basel auch wieder in einem Transformationsprozess drinnen, nämlich eben hin zu einer datenbasierten Gesundheitswirtschaft. Und da möchten wir als Life Science Cluster Basel, als Handelskammer bei der Basel natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass das Realität werden kann. Wir möchten dazu beitragen, dass die Gesundheitsdaten, die um einen Faktor X täglich steigen und noch viel zu wenig nutzbar sind, dass die nutzbarer gemacht werden, dass zugänglicher gemacht werden, dass wir sowohl in der Gesundheitsversorgung für die Patientinnen und Patienten sehr viel mehr nutzen können, aber auch in der Forschung und Entwicklung in den Hochschulen, aber auch in der Industrie, in den Unternehmen selber, die Gesundheitsdaten eben nutzbar können. Daraus sind wir davon überzeugt, Herr Burge hat es vorhin gesagt, werden wir neue Therapien entwickeln, neue Medikamente entwickeln, es werden neue Dienstleistungen rund um die Gesundheitswirtschaft entstehen können, neue Firmen, neue Arbeitsplätze. Eigentlich wächst daraus ein ganz neuer Wirtschaftszweig. Und für das aber braucht es irgendwo noch immer noch einen gesellschaftlichen Rahmen und dafür setzen wir uns aktiv ein. Wir haben in diesem Jahr eine Auslegeordnung machen lassen, eine Auslegeordnung, die in der Schweiz steht, vor allem auch die Region Basel im Hinblick auf eine datenbasierte Gesundheitswirtschaft und die Quintessenz daraus ist eigentlich, dass wir in der ganzen Welt schon einige Länder sehr viel weiter voran sind, aber noch nie existiert wirklich so einen eigenen Wirtschaftskrieg daraus heraus. In der Schweiz haben wir auch schon einige Schritte in diese Richtung gemacht. Eine Vielzahl an Initiativen, Organisationen, Institutionen, auch Politik, auch Behörden teilweise auf Bundesebene sind schon dran. aber die Mühlen malen halt schon ziemlich langsam. Wir müssen Sorge haben und ein bisschen Gas geben, dass wir da nicht den Anschluss an die weltweiten Entwicklungen verlieren. Wir sind noch unterwegs in der Schweiz in Richtung datenbasierte Gesundheitswirtschaft, aber sehr zögerlich. Wir brauchen die Wirtschaft, das haben wir unter anderem mit der Interfama herausgestellt, wir brauchen in der Schweiz eine Infrastruktur, eine Gesundheitsdateninfrastruktur oder Gesundheitsdatenökosystem noch besser gesagt, womit wir in einem geordneten Rahmen Gesundheitsdaten erheben können, verarbeiten, untereinander auch wieder teilen und vernetzen, damit sie aber auch wieder gelöst werden können. Wir brauchen ein Commitment für Standards, wie die Gesundheitsdaten erhoben werden, wie sie genutzt werden, wie sie eben untereinander verteilt werden, möglichst internationale Standards, damit wir dort auch anschlussfähig sind und die internationalen entwickeln. und wir haben es auch gehört, es braucht auch Aufklärungsarbeit, es braucht Vertrauen von der Bevölkerung in die Nutzung von diesen Gesundheitsdaten und Aufklärungsarbeit, dass man es nicht nur unter dem Blickwinkel, auch, aber nicht nur unter dem Blickwinkel zum Datenschutz anschaut, sondern eben auch den Nutzen daraus heraus sieht. Und logisch, auch da, wir brauchen die entsprechende Expertise in unserer Region, die entsprechenden Fachkräfte, die mit diesen Gesundheitsdaten kommen können. Das Wort, wir brauchen natürlich auch wieder finanziert. Wie es vorhin gesagt, wir sind unterwegs in der Schweiz, aber noch etwas sehr zögerlich. Der Life Science Class in Basel und die Handelskammer haben entsprechende Massnahmen an die Hand genommen. Zum einen haben wir in den beiden Basler Parlaments, im Landrat und im Grossen Rat, Anträge können einreichen, die jetzt auch überwiesen worden sind, die beiden Regierungen beauftragen, gleichlautende Standesinitiativen nach Bern können schicken, und dort die eingenössischen Röden aufzurufen, dass sie das Schweizer Gesundheitssystem so rasch wie möglich auch digitalisieren können, dass wir die Vorderungen von einem datenbasierten oder Datengesundheitsökosystem von den Fachkräften, auch von der Aufklärungsarbeit auch auf Untersebene jetzt umsetzen können. Wie gesagt, es läuft schon einiges, aber die geordnete Wege, die Roadmap, die fehlt nicht. Wir werden dann auch den Punkt des Gesundheitsdatenökosystems zusammen angehen und die Aufklärungsarbeit der Bevölkerung Step-by-Step anfangen. Wenn ich es jetzt so ein bisschen lustig gemacht habe auf der Lifescience-Klasse Basel, so viel Werbung sei mir gestattet, dann würde ich sie gerne auf unsere Website lenken, Lifescience-Basel.ca. Sie können dort Join-the-Community-Button drücken, ihre Daten unterlegen und sie sind informiert, was im Lifescience-Klasse Basel passiert, wo wir hier tätig sind und bekommen dann die Einladungen und Anlässe, wo man durchführt. In dem Sinn, ich würde Ihnen gerne einen Einblick geben, was läuft im Lifescience-Klasse Basel zur datenbasierten Gesundheitswirtschaft. Ich gebe jetzt gerne das Wort wieder an Martin Dett. Vielen Dank, Debbie Strub für den Auszug aus dem Lifescience-Cluster Basel. Meine Damen und Herren, es ist unglaubliche Dynamik in diesen Entwicklungen rund um die Lifescience-Branche, sei es Digitalisierung, sei es Fachkräftemangel, sei es aber auch das Vertrauen schaffen im gesellschaftlichen Umfeld und die Bevölkerung auch mitzunehmen, sei es um Unternehmungen wie in einer Cordon Pharma günstige Rahmenbedingungen auch zu ermöglichen, die Handhauskammer mittendrin, aber wir können es natürlich nur mit euch. dann habe ich einfach in diesem Sinne eine Abschlussfrage an Herr Burger. Um nochmal auf die Dynamik zurückzukommen, auf was sich da alles ändert, oder? und die Herausforderungen, die wir haben, wenn wir jetzt die Kristallkugeln von uns haben, Herr Burger. Was, glauben Sie, sieht man dort drinnen, wenn wir jetzt zusammen hineinschauen, was Cordon Pharma anbelangt und was den Standort Basel anbelangt? Was zeichnet sich dort für die Zukunft ab? Also wirtschaftlich und in diesem Life Science Cluster bezogen, denke ich, dass wir da sehr gute Chancen haben, den Schritt eben zu machen. Vielleicht sind wir ein bisschen spät, aber ich glaube, es ist nicht spät, wenn man sieht, wie viele Startups das sich auch etabliert haben, schon, das im Wachsen sind, glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, da mitmachen können in Zukunft. Auch wenn wir keine staatlich geförderte Industrie haben, wie das in Frankreich oder in Deutschland oder in der EU gegenwärtig mit Covid bezogen gemacht wird, glaube ich, dass die Eigendynamik, die spornt uns an, gerade im Bereich personalisierte Medizin, dass wir da werden, erfolgreich sein in Zukunft. Weil wir haben die Leute, wir haben die Talente in der Gegend, wir haben gute Ausbildung, also eigentlich sehe ich keinen Grund, warum das uns das nicht gelingen soll, wenn wir Sorge haben zu unseren Rahmenbedingungen, wo wir in der Vergangenheit sehr Sorge getragen haben. Und wenn wir in Zukunft so Sorge tragen, nicht zu regulieren, zu überregulieren, kommt, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ich bin jetzt noch drei Jahre wahrscheinlich im aktiven Arbeitsleben, aber ich habe drei Söhne zu Hause und wenn ich sehe, wie die auch, die sind in verschiedenen Bereichen tätig, wie die motiviert sind, eine gute Ausbildung haben, dann bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft und auch für den Standort Basel. Super! So wollen wir doch schliessen mit einer positiven Perspektive für die Zukunft. Herr Burgers, es war ein grosses Vergnügen, heute mit Ihnen das Gespräch zu führen, etwas über das spannende Unternehmen Cordon Pharma mit Sitz in Liestl zu erfahren. Und wenn ich Ihre positiven Zukunftsperspektiven mitnehme, gibt uns das doch allen Energie. Herzlichen Dank, Herr Burger, dass Sie heute bei uns waren. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für das Interesse und schauen Sie unsere Veranstaltungsplanungen an. Es kommt schon bald wieder der nächste HKBB on Tour, wo Sie ein weiteres Mitglied von uns kennenlernen werden. Besten Dank und einen guten. Herzlichen Dank.